hallo leute was geht ab herzlich willkommen auf meinem kanal zurück wir haben heute ein ausschließlich positives video vor uns das geht nur um die guten sachen bei black ops 4 und zwar gibt es eine ich sag mal ankündigung die wir auf twitter alle nachverfolgen können ich werde sie auch gleich einmal einblenden mit etwas was in das spiel kommt was uns wahrscheinlich hoffentlich ich bete drum etwas bringen wird auf das wir seit ewigkeiten warten und zwar werden wir eine neue playlist bekommen eine komplette playlist um zu gucken wie das community feedback ist was bedeutet darauf werde ich später noch eingehen alle von uns alle die diesen spiel noch irgendwie spaß haben wollen müssen diesen play diesen modus nachher grinden und zwar gibt es einen auf englisch heißt der bare bone playlist das heißt übersetzt im prinzip abgemagert was für uns hier wichtig ist in diesem modus wird es folgendes geben selbstheilung das heißt man braucht es also automatische heilung wenn man angeschossen wird keine spezialisten keine primär spezialisten keine sekundär spezialisten kein bullshit so ein boots on the ground wie man es aus black ops 2 zeiten kennt treyac hat angekündigt dass sie das feedback von den leuten mittlerweile so wahrgenommen haben dass es immer weiter dahin geht dass man diese sachen haben möchte und aus diesem grund haben sie gesagt dass jetzt im märz noch ich weiß leider kein genaues datum ich hoffe in den nächsten 14 tagen ein update kommt mit einer nahe genauen playlist wo sie genau drauf gucken werden wie viele leute das spielen um zu gucken ob das vielleicht für das haupt game ein modus ein fester bestandteil werden soll es wird ein modus sein so das ist auch so beschrieben bei treyac ihr habt ja eben jetzt kurz eingeblendet gesehen es ist so beschrieben dass man keine spezialisten hat also keine spezialisten fähigkeiten mit spielmechaniken aus den bekannten cods das heißt das movement wird wahrscheinlich etwas runtergesetzt nicht ganz so schnell wie es hier ist es könnte das ist jetzt nur eine vermutung aber sie haben ganz darauf hingewiesen dass spezielle elemente aus bekannten black ops teilen dabei sein werden was für mich bedeuten kann dass wir weil wir keinen recon haben und keine zero haben vielleicht einen hater und den empkern für diesen modus bekommen so könnte treyac immer noch ihre kohle mit den spezialisten aus für zu verdienen aber wir hätten die spezialisten abfacken nicht mehr und dazu hätte man denn eventuell nur so ein zwei wenige möglichkeiten wo ein zwei perks noch dazu kommen das geht ja schon wieder richtung dann vielleicht spezi bonus stellt euch das mal vor wir kriegen einen neuen modus mit einem spezi bonus und es kommen noch neue perks dazu sowas wie pingen zeit wenn ihr einen gegner tötet wird in der umgebung wo er getötet wurde ein kleines ping signal raus ist kennt bestimmt einige von euch aus dem modern warfare teilen oder aus ghost vielleicht eine art perk was vielleicht die heilung etwas verschnellert das gab es ja auch damals in ghost wenn man eine sekunde still gestanden hat dann war die heilung etwas schneller vielleicht überlegen sie so etwas wie ballistik westen reinzusetzen weil sozusagen der crash dann raus ist jeder spezialist von denen die wir hier mit den fähigkeiten in black ops 4 haben ist ja im prinzip eine abänderung von einem perk von einer ausrüstung von einer streak die wir in anderen teilen bisher hatten wenn man sich das mal zusammen klaustert da kommt da einiges zusammen und die idee von dem ganzen ist ja von der community gekommen die community hat ja gesagt das heißt ihr alle ich wirklich wir alle haben ja gesagt kommt gebt uns eine playlist und lasst uns das ganze mal so spielen wie wir uns das von anfang an gewünscht hätten und die idee davon ist natürlich dass es so viele leute in diesem zeitraum wo dieser modus dann vorgestellt ist spielen dass treyer sieht dass die activity also die aktivität im game so hoch gegangen ist und dass dieser modus so hoch gerankt wird dass sie nicht drum herum kommen den einfach fest zu implementieren wir denken wir können uns alle davon verabschieden dass black ops 4 sich so krass noch mal ändert dass standardmäßig die spezialisten fähigkeiten herausgenommen werden aber für diesen punkt ist das definitiv eins der besten sachen die ich mir irgendwie vorstellen konnte das ganze wird demnächst kommen so circa in 14 tagen hoffentlich sie haben es für märz angekündigt und man kann jetzt natürlich nur spekulieren ob es da irgendwelche extras gibt ob es einen spezi bonus gibt ob es den hater gibt aber wenn ihr überlegt es werden dann ja nur drohne konter drohne sie haben gesagt ja den hater haben wir durch den recon wenn sie den nicht ersetzen dann fehlt nachher wirklich was und dieser hinweis darauf dass man spielmechaniken streaks aus alten black ops teilen dabei haben wird lässt für mich eigentlich nur den schluss zu dass es eine möglichkeit wäre das ist natürlich jetzt viel theorie was in diesem modus kommt der einzige fakt ist den wir haben der modus wird kommen er wird keine spezialisten fähigkeit beinhalten es wird ein zwei änderungen bei dem ganzen modus geben das wiederum bedeutet halt wirklich für uns wir müssen gas geben wir müssen genau überlegen was wir machen wollen wir müssen diesen modus suchten wie nichts gut ist um nachher zu bekommen was wir haben wollen dazu haben sie noch ein zwei andere ankündigungen gemacht und zwar wenn ihr zwei neue dlc maps ende des monats nochmal kommen ausschließlich für black ops pass holt das heißt wenn ihr den black ops pass habt ihr bekommt noch ein bisschen neuen content dazu neue waffen und neue sachen sind sonst nicht angekündigt bisher aber gestern gab es noch etwas das ist auch nicht unwichtig gerade für die cwl jungs die bei euch jetzt irgendwie cwl gerne spielen oder sowas da wurde tatsächlich zero rein gepatcht beziehungsweise in die regeln wurde jetzt aufgenommen dass zero ein gültiger spezialist ist ich weiß nicht wie man darauf kommt im gegenzug dazu ist das strike team aus den cwl regeln rausgenommen worden der scharfschützen helikopter und das drohengeschwader das heißt so richtig viele streaks bleiben für die cwl leute nicht mehr übrig wir haben im prinzip noch eine ferndenkladung die keiner nimmt weil sie sehr schlecht ist und schwer zu kontrollieren der hellstorm ist noch dabei ein blitzschlag ist dabei und eigentlich war es das so im groben und ganzen was man wirklich nehmen kann im cwl wie man darauf kommt dass man zero mit rein patch kann ich euch tatsächlich nicht sagen ich habe es gestern nur gelesen und bin fast vom stuhl gefallen zero ist mit der emp fähigkeit dabei und auch mit der heck also dem eispickel das heißt sie haben da jetzt auch nicht wie vielleicht beim reiniger die hitzewelle oder sowas rausgenommen sondern es ist so erlaubt wie es wie man ihn im public spielen kann ich weiß nicht ganz was ich davon halten soll ist aber vielleicht eine ganz interessante info für die dies noch nicht mitbekommen haben dazu gibt es noch eine info die vielleicht auch nicht so unwichtig für euch ist und zwar treak hat eine art serie jetzt mittlerweile gestartet auf youtube wo immer wieder einer der devs also einer der game admins der für die sind ja für alles zuständig für die grafik für fürs design an sich für die streaks fürs balancing für für es gibt ja tausende mitarbeiter bei treak und es gibt ja immer die heads also die wichtigsten köpfe david von der haare jason flaming jason bond wie auch immer sie alle heißen und tony zum beispiel der für die multiplayer zuständig ist mittlerweile und die haben auf der youtube seite von treak also ihr könnt auf den kanal ja gerne mal rauf gehen wenn ihr es noch nicht gemacht habt laden sie mittlerweile ein bis zwei mal so sechs bis sieben minuten video hoch wo einer von diesen jungs aus seinem zuständigkeitsbereich infos hochlädt erklärt warum man was gemacht hat das letzte war zum beispiel david von der haare über blackout gesprochen hat dazu kam dann tony darüber gesprochen hat warum man die titan genervt hat und warum man die sau genervt hat wieder besser gemacht hat jetzt genervt hat jetzt wieder besser gemacht hat das gleiche gilt für die maddox und alles ähnliche was da irgendwie jetzt schon geändert wurde das ist vielleicht ganz interessant man erfährt nicht unbedingt jetzt neues weil man ja die patch notes lesen kann aber man erfährt wie die jungs von treak darauf kommen dass sie das das und das ändern finde ich gar nicht so schlecht ist für jeden mit sicherheit irgendwie mal interessant und solltet ihr das jetzt noch nicht abgecheckt haben könnt ihr das gerne mal machen das ist natürlich das ich sag mal wichtigste was wir irgendwie mit auf den weg bekommen konnten und ich freue mich unglaublich darauf dass wir diesen modus bekommen dass wir die möglichkeit bekommen ohne nervige spezialisten zu spielen ich vermute das ist nur meine vermutung aktuell dass diesen spielmodus so weit die leute den vor sich haben dass der hoch und runter gesuchtet wird ihr habt keine suchermine mehr ihr habt keine nervige heatwave mehr ihr habt keine nervige neunknall mehr ihr habt kein einsatzschild mehr ihr habt kein hund mehr keine stolperminen all das keine barrikade kein stacheldraht wirklich alles was wirklich anstrengend ist ist aus diesem modus verschwunden das einzige was wir noch haben sind gunfights und schönes movement system und wirklich sobald dieser modus rauskommt das ist ein aufruf an alle von euch die bock haben dieses spiel zu suchten suchte diesen modus ich werde das durchgängig machen einfach nur mein teil dazu beizutragen noch eine letzte info für euch bevor wir heute hier abschließen es gibt das gerücht dass in den nächsten 14 tagen zusätzlich zu dem ganzen während der operation grand haste eine neue ich sag mal möglichkeit entstehen soll reservekisten zu bekommen und zwar die täglichen und wöchentlichen challenges die ihr alle aus black ops 3 kennt und aus ww2 die sollen jetzt wieder implementiert werden das hat david von der h bei dem youtube video vor ich glaube zwei oder drei tagen auf treyer kurz angekündigt er hat nicht genau gesagt dass die dass sie so kommt wie sie waren aber er sagt wir haben uns durchaus das feedback angehört das was ich ja auch schon seit langem sage warum kriegen wir diese community challenges nicht die haben bei black ops 3 wirklich spaß gemacht man hatte jeden tag einen grund eine stunde zwei zu zocken und ist dann automatisch auch manchmal länger geblieben er sagte man hat sich dann natürlich angeguckt was in alten black ops teilen an herausforderungen gut funktioniert hat und überlegt das jetzt die nächsten zeit zu implementieren er sagt entweder mit einem hotfix oder mit einem kleinen update dazu was alles im nagelneuen update noch mit reinkommt was jetzt wahrscheinlich dienstag rauskommt da kann sein dass es nur kleine sachen sind wahrscheinlich gibt es hier eine neue vorgestellte playlist vielleicht noch ein zwei neue sachen für den schwarzmarkt das weiß ich nicht aber wenn wir jetzt so in die zukunft gucken und nachdem wir ja wirklich viel kritisiert haben die letzten wochen und das werde ich auch immer wieder dann machen wenn ich das gefühl habe dass irgendwas nicht funktioniert ob jemand auf mich hört oder nicht ist ja nicht meine entscheidung aber ich werde mir nicht den mund verbieten lassen und missstände ansprechen und wem das nicht gefällt der hat halt pech gehabt er kann ja woanders hingehen das auf jeden fall für uns als info dass wir auf neuesten stand sind was kommt was da ist was kommen soll was geplant ist sobald wir mehr darüber wissen werde ich euch natürlich instant darüber informieren und mich würde natürlich jetzt mal interessieren was haltet ihr von dieser idee mit dieser playlist freut ihr euch darauf habt ihr black ops 4 soweit aufgegeben dass euch das nicht zurückholen wird wollt ihr diesen modus grinden oder wäre es euch am liebsten im prinzip wenn man den nicht nur als modus vorstellt sondern alle spezialisten fähigkeiten aus black ops 4 raus nimmt und im prinzip boots on the ground spiel ohne spezialisten hat mich wird eure meinung interessieren ich werde mir jeden einzelnen kommentar angucken beziehungsweise durchlesen und schaut dann mal unten rein ob ihr da irgendwo jemand empfindet der vielleicht eure meinung hat könnt ihr ganz interessant sein lasst gerne like da leute wenn ich dann nicht ich bin raus viel spaß bis zum nächsten Mal